alles noch um 20 86 Herzlich Willkommen zu Batman Arkham Knight zu Part 54 und schön dass sie eingeschalten hat und wieder dabei seid so was machen wir heute müssen alle scheiß Drohnen hier verdichten was wir sind unterwegs Sir etwa zwei Kilometer südlich der Zielposition das ist auch echt unfair weil ähm wenn ich es einmal drauf habe zu versagen okay aber nicht so oft oh die Drohne kommt hier hinten hin ich fahr mal ein bisschen hier rein jetzt in welche Richtung fertig bin hat die Drohne hier hinten da kommt gleich zwei auf einmal angefangen sie reizt für mich ich fahr halt mal hier hoch so hier ist nichts setze Drohnen Patrouille fort seien sie gründlich Commander machen sie keine Fehler wie die Richtung fahrt er jetzt komm schon jawohl Perfekt das hat was gebracht gerade eben wir wissen wo du bist Batman du wirst diesen Kontrollraum nicht lebend verlassen ui da kommt der hoch der Penner steigen sie steigen sie Kommander gebietsscan abgeschlossen hier ist nichts dann ist mal schneller yes Kobra Panzer erledigt halt die Formation Perfekt eine ist noch da super ich fürchte fünf Panzer waren nicht genug Wunderso Island ja aber da sind wir gerade glaube ich das heißt eine fehlt mir noch oh oh man ich will jetzt nicht verrecken gleich dann deswegen nur weil hier noch ein weil hier noch zu viel sind oder eine ist ah ne da hinten ist sie da hinten von woher kommen die jetzt möchte ich die letzte Drohne suchen noch alles sauber hier im Sektor suchen sie weiter Sargent wo ist denn die letzte wo ist denn die letzte wo ist denn die wo ist denn die wo ist denn die wo ist denn die weil ich in dem in die Mitte dann rein fahren dass ich dann wo kommen die hier gerade auf oh da hinten ist die Hübe da hinten ist die letzte Drohne da fahr ich mal schnell kurz hier rum wo ist der Grund wenn ich das Auto finde bist du erledigt das Ding soll doch mal in eine andere Richtung fallen was soll denn der fuck also jetzt hab ich komm schon zieh an zieh an zieh an yeah hab die Drohne zack damit war die letzte jetzt es gibt neues Leben guck yes perfekt wir haben es geschafft wir haben es geschafft ja wir haben es geschafft und es freut auch noch hier perfekt so wir haben es geschafft wir haben die Penne alle ausgeschalten gott sei dank ich habe es mit meinem Webmobil alle ausgeschalten die Penne ich finde es gut ich finde es gut dass ich es alle ausgeschalten habe jetzt endlich meine Güle war das eben die Penne hatte na also perfekt Dach ist sauber. Ziel ist im Kontrollraum. Neue Vor zum sichern. Hände weg, Lieutenant. Er gehört mir. Vor wegen. So. Ja, das ruhig. Dann ruhig mal die Tür auf. Ja, das machen wir noch. Nur mit. Die anderen Parten muss ich ja noch eintragen, was ich da eintrage. Aber ich nehme mich gucken. So, der Mörder ist sicher. Solange wir den Himmel beherrschen, wird er ihn nie finden. Gut. Liegen wir noch im Zeitplan? Jetzt beginnt die letzte. Deine Geduld wird belohnt, wir kommen bald. Hab dich. Wer bist du? Noch nicht, dunkler Ritter. Ich bin echt schnell da rein. Ich habe das ja von jedem gesehen. Ja, los. Halt ab, Mann. So. So. Ja, dann fang das mal zurück, hier. Oh. Jetzt kommt mal her, da. Ja, ja, komm. Jetzt. Hau den Knochen auf. Was willst du mit dem Schildern schlagen? Vergiss es. Das ist toll. Alter. Man, fast einer. Ah, jetzt bist du der Letzte. Komm mal her, Mann, Freund. Jetzt bin ich richtig fertig, Alter. Hau endlich ab. Yes. Eigentlich mal ein paar gute Ergebnisse heute mal wieder. Alter, das gibt es doch nicht, ey. Puh. Arkem Knight, hast du einen Namen? Leider nicht, Sir. Von den Patienten aus Arkham, die nicht wieder eingefangen und nach Arkham City geschickt wurden, ist niemand in der Lage, solch einen Angriff zu organisieren und anzuführen. Hm. Er ist kein Geist, Alfred. Er wurde ausgebildet und er hegt einen Groll. Erweitere die Suche auf alle Personen, die meinetwegen nach Arkham geschickt wurden. Sir? Du hast mich gehört. Das dürften sehr viele Personen sein, Sir. Ich weiß, Alfred. Ich zähle darauf, dass du die Wahl eingrenzt. Okay. Haben wir es jetzt bald. Danke. So. Schnell den Scheiß hier runterfahren hier. Ja. 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 Okay. Ja, ja, klar. Stell doch mal auf den Rücken, weiler. Alter. Ja. Mhm. Yes. Glaubst du etwa, du kannst mich austricksen? Glaubst du etwa, ich bin wie all die anderen? Das war's. Alfred, die Raketenwerfer des Arkham Knights sind zerstört. Ich rufe den Batwing und starte die Suche nach dem Cloudburst. Lade die Ergebnisse in den Uhrentrom hoch, wenn es soweit ist. Na, also. Das machen wir hier, aber das machen wir nicht. Das heißt. Ah, jetzt ist mit dem Pinguin wieder was frei. Äh, Krea-Tour in der Nacht, ja. Ähm. Jetzt kann man den gerade wieder hinter Gittern bringen. So. Hey, Bruce. Ich habe einen der Trucks des Pinguins gefunden. Er steht am Kanal auf Bleak Island. Danke, Nightwing. Ich nähere mich zu Fuß und erfolge ihn bis zum Waffenlager. Dazu muss ich jetzt mal hier wieder rauskommen. Hm. Äh. Okay, jetzt, da wir mit Kriegspielen fertig sind, lass uns etwas Spaß haben. Wir wechseln uns ab. Du machst irgendwelche, keine Ahnung, Tatort-Untersuchungen oder begibst dich auf Riddlers neurotastische Stiftung. Und ich fahre ein paar Leute mit dem Batmobile plat. Du machst hier gar nichts. Ich verspreche mir, dass ich dir wieder die Kontrolle über deinen Körper überlasse, sobald ich fertig bin. Vergiss es. Das heißt, wartet. Jetzt 60% der Verhandlungsliste. Okay, wir haben das jetzt hier schon. Und dann, vielleicht lassen wir das jetzt und dann bänden wir jetzt hier den Pferd und machen dann morgen weiter. Also eine schöne schöne gute Nacht. Bis morgen. Ciao. 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 Ciao.